Mein Vater ist auch Schütze und darum war ich schon aus Kleinkind immer im Skistand mit meinem Vater. Es gibt mir eine Challenge, viel Freude und damit kann ich mich jeden Tag besser kennenlernen. Es ist wirklich eine interessante Sportart. Ich würde sagen, die Medaille, die wir in Osijek gemacht haben, 2021, mit Team-Medaille, das war meine erste internationale Medaille und auch im Team. An diesem Tag habe ich mich gar nicht erwartet. Als es herauskam, kam es wirklich eine Freude heraus. Und ja. Ja. Vielen Dank.